Das ist die Geschichte von Sascha und Anna, die sich in Berlin eine Wohnung teilen. Und von ihren Nachbarn, Nick und Sam aus Amerika. Anna ist in Nick verliebt, aber Nick ist in Sascha verliebt. Sascha ist in Sam verliebt, aber jetzt ratet mal, Sam ist in Anna verliebt. Oh je, werden sie das noch hinbekommen? Seht euch die nächste Folge von Extra an. 94, 95, 96, 97, 98. Hm, sehen wir mal. Löwe, heute werden sie eine Veränderung im Beruf haben. Für mehr Geld. Heute ist mein Glückstag. Und jetzt die Kissen in der speziellen Reihenfolge grün. Lila. Hi Sascha. Oh, hallo, Sam. Hi Anna. Äh, was machst du da? Äh, nichts. Ich... Ah! Du hast es nicht gesehen. Du hast es nicht gesehen. Du hast es an. Zieh es aus. Äh, was? Dein Hemd hat diese Farbe. Zieh es aus. Dieses Hemd ist geförde nicht. It's orange. Sag die Farbe nicht. Zieh es aus und wirb es hinaus. Okay, okay, okay. Na gut. Sascha darf vor dem Lotter niemanden in dieser Farbe sehen. Äh, warum nicht? Weil diese Farbe mir sehr viel umgebringt und heute Lotto-Tag ist. Äh, Lotto-Tag? Die Lotterie? Ich suche mir fünf Zahlen aus. Meine Zahlen sind 66, 11, 89, 18, 69. Und wenn meine Zahlen im Fernsehen kommen, gewinne ich Millionen. Oh, I've never heard of it. Und am Lotto-Tag macht Sascha immer alle die Dinge, die ihr Glück bringen. Sie bürstet ihre Haare und arrangiert die Kissen. Und niemand darf etwas Oranges anhaben. Sascha wird sehr nervös. Aber ich weiß, wie ich ruhig bleiben kann. Yoga. Siehst du, Sam? Alles für die Lotterie. Toll. Ich gehe einkaufen. Äh, brauchst du etwas? Kannst du mein Kleid von der Reinigung abholen? Reinigung? Oh, I get it. The dry cleaners. Okay? Der blaue Schein hängt am Brett. Ah, gut. Ich habe ihn. Bis nachher, Sascha. Danke, Sam. Tschüss. 2, 2, 4, 3, 2, 3, 2. Sam. Hi, Nick. Ich war gerade bei Sascha. Ja, das sehe ich. Wo gehst du jetzt hin? Wohin ich gehe? Äh, einkaufen. Warte, warte. Komm hier rein. 2, 2, 4, 3, 2, 3, 2. Stift. Stift. Papier. Ah. 2, 2, 4, 3, 2, 3, 2. Danke, Sam. Hey, was ist das? Sam, heute habe ich eine Puppe kennengelernt. Wow. Sie heißt Elke. Sie ist wunderschön. Sie hat langes, blondes Haar. Große. Ja. Blaue Augen. Und sie ist total verrückt nach mir. Und wo hast du sie kennengelernt? Sie stand an der Ampel in ihrem Sportauto. Ich habe gefragt, ob sie mich mitnimmt. Sie sagte nein. Aber dann, beim Wegfahren, gab sie mir ihre Telefonnummer. Aber nie. Ich hatte keinen Stift, kein Papier. Deshalb rannte ich hierher. 2, 2, 4, 3, 2, 3, 2. Ah, ich verstehe. Hey, Kumpel. Vielleicht hast du eine Freundin. Oder eine Schwester. Wow, yeah. Hey, komm. Wir gehen aus. Heute habe ich Glück. Yes. Und nun die Ziehung der Lottozahlen. Na los, Sascha. Hab Glück. Die Lottozahlen sind... Oh. Ja. Hallo, Mutter. Ich bin gerade beschäftigt. Ja. Ah. Ich habe gewonnen. Tschüss, Mami. Das waren die Lottozahlen für diese Woche. Und nicht vergessen, der Gewinn muss bis 10 Uhr heute Abend gemeldet werden. Wer war am Telefon? Na, 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 na. Was ist los? Anna. Ich habe im Lotto gewonnen. Von nun an werden wir im Luxusleben Designer-Klamotten. Exotische Ferienziele. Luxuswohnungen in Paris, London, Los Angeles, schnelle Autos, die besten Restaurants. Mit den Stars auf Du und Du. Und ich würde auch viel Geld wegschenken. Keine Arbeit mehr. Keine Chefs mehr. Genau, ich rufe gleich an und kündige. Hallo, hier ist Klaus Weiß. Wenn Sie eine Nachricht hinterlassen, rufen wir Sie zurück. Klaus, hier spricht Sascha. Ich kündige, ich gehe, ich hau ab, ich bin weg. Stecken Sie sich Ihren Job an den Hut. Auf Wiederhören. Gut. Das war klar und deutlich. Ab heute gibt es keine Chefs mehr für Sascha. Ab heute ist Sascha der Chef. Das ist mein kleines Glücksschein. Was ist? Mein Lottoschein ist weg. Was? Aber der Reinigungsschein ist noch da. Ich habe ihn. Bis nachher, Sascha. Ich habe es. Wir gehen zur Reinigung. Da geht er hin. Gute Idee. Und dann holen wir auch gleich dein Kleid ab. Heute war Lottotag und ich habe alle die Dinge gemacht, die mir Glück bringen. Ich habe meine Haare hundertmal gebürstet. Ich habe die Kissen in meiner speziellen Reihenfolge geordnet. Ich habe Yoga gemacht. Yoga. Nadja, weißt du was? Die gute Neuigkeit? Sascha hat im Lotto gewonnen. Die schlechte Neuigkeit? Ihr Lotto-Gewinnschein ist verschwunden. Sam! Sascha bat Sam, ihre Sachen aus der Reinigung zu holen. Aber Sam nahm den falschen Schein. Oh je, oh je, oh je. I think they really trust me now, Mom. They trust me to do anything. Die Körnerin fand dich echt cool, ey, Nick. Ja, zwei Mädels an einem Tag. Alle Frauen lieben mich. Hi, Mädels. Hi, Sascha. Hi, Anna. Oh, Sascha, dein Clyde. Ich habe es vergessen. Wait a minute. How did you get the cleaning when I had the ticket? Nein, Sam, Schätzchen. Du hattest einen Schein, aber nicht den für die Reinigung. Was? Du hast den falschen Schein. Ich habe den falschen Schein? Du hast den falschen Schein? Gib ihn mir. Klar, ich habe ihn hier. Du hast den Schein doch. Oder, Sam? Ja, Sascha, ich habe den Schein. Ich habe den Schein verloren, Sascha. Du hast den Schein verloren, Sam. Ich habe den Schein verloren, Sascha. Du hast den Schein verloren, ja? Ja, das ist unmöglich. Da steht Edges nochmal drauf. Sascha, ist alles in Ordnung? Sascha, ist alles in Ordnung? Was ich was man hasst, war nicht der Reinigungsschein. Es war mein Lottoschein. Mit dem Gewinnzahltraum. Ich bin Multimillionärin. Aber ohne Lottoschein! Und du, hör auf zu grinsen! Das ist auch deine Schuld! Nick, Sam, wo seid ihr gewesen? Na los! Los schon! Denkt! Denkt nach! Also, zuerst gingen wir zum CD-Geschäft. Nein, nein, nein! Zuerst waren wir doch im Café Klein. Weißt du, hör auf die Kälte? Na klar! Ja, und dann! Und dann, äh, alles für den schönen Mann in der Hauptstraße. Und dann waren wir... Beim Motorradladen! Super! Und dann gingen wir ins Internet-Café, um unsere E-Mail zu checken. Und ich bekam meine Mail-Fordergeist. Schüttung! Also, was wollt ihr unternehmen? Weiß nicht, Sascha. Ihr geht zurück ins Café Klein, ins CD-Geschäft, in den schönen Mann, in das Motorrad-Geschäft und ins Internet-Café. Verstanden? Jawohl! Na, na, hopp, hopp! Hi! Der Gewinn muss bis 10 Uhr heute Abend gemeldet werden. Klar! Klar! Krebs! Heute gibt es Ärger zu Hause. Na, das kannst du laut sagen. Also, Sam, viel Glück bei der Suche nach dem Schein. Bis später! Hey, 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 Nick! Wo gehst du hin? Wo ich hingehe? Ich gehe an die Ampel, Elke suchen. Ich kann sie ja nicht anrufen. Die Telefonnummer steht ja auf dem verlorenen Schein. Wie du ja weißt. Ja, aber... Was soll ich machen? Nach dem Schein suchen, natürlich. Aber was soll ich sagen? Na, du sagst, dass... Du sagst... Also gut, ich bin der Verkäufer und du bist du. Ha! Super! Guten Tag! Guten Tag! Ich habe... Ich habe meinen Schein verloren. Was für ein Schein? Ein Lotto-Schein. Ein Gewinnschein. Ah, einen Gewinn! Moment mal. Du kannst doch nicht sagen, ich habe meinen Gewinnschein verloren. Doch. Ja, nicht schön. Nein, du kannst nicht sagen, dass es ein Gewinnschein ist. Die Leute werden ihn verstecken. Ah. Also musst du jemand anderes sein. Ähm... Hm. Wer? Hey! Jemand, der im Müll suchen kann. Im Müll suchen? Ja, ein Müllmann! Ein Müllmann? Das Mann? Ja! Ein Müllmann? Kann den Müll suchen. Tolle Idee, Nick. Äh... Ja. Tolle Idee, Nick. Komm mit. Sascha's mad at me. Why? I think it's because I've forgotten dry cleaning. Was für ein Tag. Heute traf ich Elke an der Ampel. Wow! Sie gaben ihre Nummer. Hm? Leider ist Elkes Nummer auf Sascha's Lottoschein. Und den hat Sam verloren. Sam? Hast du den Schein? Ähm... Noch nicht. Ruf mich an, wenn du den Schein gefunden hast. Löwe, heute erleben Sie eine große Überraschung. Ihr Leben wird auf dem Kopf stehen. Und? 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 Und was? Hast du etwas? Ja und nein. Ja und nein? Die schlechte Nachricht ist, ich hab sie nicht gefunden. Wen Sie? Elke. Welche Elke? Elke von der Ampel. Mhm. Die gute Nachricht ist... Ja? Ich habe Windschulscheiben gewaschen und 100 Euro verdient. Ah! Ah! Wo bleibt Sam? Wo ist mein Schein? Schaut mal auf die Uhr! Es ist 10 vor 10! 10 vor 10 und ich habe Louis nicht gefüttert. Wo ist Louis? Ich muss ihn reinholen. Der hat's vorhin auf meinem Bett geschlafen. Ah! Ah, Louis. Da bist du ja. Was ist denn das, Louis? Oh! Frascha! Frascha! Ich hab ihn gefunden! Er hat einen Schein! Was? Wo? Auf Nix Bett! Auf Nix Bett! Gib her! Gib her! Es ist mein Lottoschein! Da steht Egges Nummer drauf! Er gehört mir! Wie ist denn die Nummer? Oh! Schon gut! Schon gut! Ich klebe ihn wieder zusammen! Danke sehr! Und jetzt hole ich mein Geld ab! Wir haben den Schein gerade gefunden! Er war auf Nix Bett! Great! Ist das nicht prima? Ja! Great! Das heißt, ich kann jetzt älter anrufen! Great! Das heißt, wenn Sascha endlich fertig ist! Psst! Psst! Hallo? Ja, ich möchte gerne meinen Gewinn haben. Ja, danke sehr! Ich freue mich sehr! Ja, meine Zahlen sind 66 L 89 18 69. Sicher? Ja, natürlich warte ich! Ich habe alle Zeit der Welt! Ja, bitte! Was? Das sind nicht die Gewinnzahlen? Ja, welche Zahlen haben Sie denn dann, hä? 69? 81? 68? 11? Und die 99? Aber wie? Hey! I know what happened! Sascha, was hast du gemacht, als das Lotto im Fernsehen war? Mein Yoga? In welcher Position? Oh! Mit dem Kopf nach unten! Genau! Das sind deine Zahlen, aber so herum! Bravo, Sam! Ach, das war gar nichts! Ah, Elkes Telefonnummer! 224-3232! Ah, es läutet! Ja, ja! Hallo! Kann ich bitte mit Elke sprechen? Nein, ich will kein Taxi! Das ist doch 224-3232! Was? Peters Taxi? Ach, was für ein Unglückstag! Schlimmer kann es nicht mehr werden! Ah! Doch! Kann es schon! Der Anruf! Mein Job! Klaus, hier spricht Sascha! Stecken Sie sich Ihren Job an den Hut! Gut, auf Wiederhören! Ich muss die Kassette haben! Ja, aber sofort! Und ich kenne genau die richtigen Männer für den Job! Oh, nein! Nick, dürfen wir hier sein? Es ist okay! Hey, Sascha hat gesagt, dass es ein Auto ist! Hey, schau! Da ist der Anrufbaum-Kulte! Schlimm! Und die Kassette! Wache! Wo ist das? Schlimm! Trenn! No, Mom, I was not in trouble with the police. It was much worse than that. I was in trouble with Sascha. Nächste Woche in Extra. Saschas Zwillingsschwester ist zu Besuch. Sam will mit Anna ausgehen. Und warum ist Sascha so nett? Hm, ist sie wirklich nett? Das dürft ihr nicht verpassen! Puh! Ich will mich noch anruf. Ich will mich noch nicht so nett. Oh, naaa! Ich will mich noch nie in therein. Das ist die nächste Woche in der U.S. Das ist das geilste Woche. Vielen Dank.